Warum uns soziale Medien so fesseln Von Miguel de la Riva Man tut es beim Warten auf den Bus oder beim Schlangestehen im Supermarkt und auch wenn das kaum jemand zugibt, viele tun es sogar auf dem Klo. Man zückt sein Handy und schaut nach, ob es auf TikTok oder Instagram, Facebook oder X, jemals Twitter, etwas Neues gibt. So lassen sich immer ein paar Minuten Zeit totschlagen, wenn man allein ist mit seinen Gedanken und sich langweilt. Keine Frage, häufig findet sich etwas Interessantes. Ein lustiges Video, ein Foto von einem schönen Sonnenuntergang oder der Hinweis auf einen spannenden Zeitungsartikel. Die sozialen Medien sind ein faszinierender Platz für den Austausch von Ideen und Erfahrungen und sie können uns helfen, mit Freunden auch über große Distanzen in Kontakt zu bleiben. Aber seien wir ehrlich, nicht selten scrollen wir auch dann weiter, wenn uns anödet, was wir sehen. Und wenn wir nicht gerade unterwegs sind, passiert es schnell, dass unversehens eine halbe oder eine ganze Stunde vergeht, obwohl wir nur mal kurz reinschauen wollten. Dann haben wir viel Zeit verloren und unsere Langeweile vielleicht sogar noch verstärkt. Warum tun wir das? Was macht die sozialen Medien so fesselnd, obwohl es manchmal gar nichts Interessantes zu sehen gibt? Tatsächlich sind die Plattformen so aufgebaut, ihre Nutzer dazu zu bringen, sich möglichst oft und lange auf ihnen aufzuhalten. Zentral ist dabei die Möglichkeit des endlosen Scrollens. Sie war eine der großen Neuheiten gegenüber herkömmlichen Websites, in denen man wie in einem Buch irgendwann zur letzten Seite geblättert oder eben geklickt hatte und am Ende angekommen war. Bei Facebook und Twitter jedoch werden immer neue Inhalte geladen und man kommt nie an ein Ende. Stets könnte weiter unten doch noch etwas Spannendes auf uns warten. So bleibt die Neugier wach und in unregelmäßigen Abständen machen wir die schöne Erfahrung, tatsächlich auf etwas Überraschendes und Neues zu stoßen. Und unser Gehirn tut wenig lieber, als etwas Neues zu lernen, so mühselig sich das in der Schule manchmal auch anfühlen mag. Dabei präsentieren uns die Plattformen passgenau auf jeden und jede einzelne von uns zugeschnittene Inhalte. Sie zeichnen auf, bei welchen Themen wir dranbleiben und bei welchen wir weiterscrollen. Wenn Sie beispielsweise merken, dass wir uns besonders häufig Bilder und Videos zu Katzen oder Fußball ansehen, werden Sie uns in Zukunft mehr solcher Bilder und Videos zeigen. Im Laufe der Zeit lernen die Plattformen so unsere Interessen und Vorlieben kennen. Und mit diesem Wissen können Sie uns dazu verführen, noch mehr Zeit auf ihnen zu verbringen. Für die Plattformen ist das Gold wert. Denn TikTok und alle anderen verdienen ihr Geld mit der Aufmerksamkeit ihrer Nutzer. Für Werbung auf den Plattformen bezahlen Unternehmen eine ganze Menge. Denn weil diese Plattformen so viel über ihre Nutzer wissen und genaue Daten darüber haben, welche Inhalte ihnen gefallen und welche nicht, woraus man mit großer Zuverlässigkeit auch Alter, Geschlecht und vieles andere ableiten kann, deshalb können Sie dort ganz gezielt bestimmte Menschen ansprechen. Die Hersteller von Katzenfutter und Fußballschuhen können ihre Produkte so bei Katzenliebhabern und Fußballbegeisterten bewerben. Ganz besonders fesselnd aber ist die Aufmerksamkeit, die wir von anderen Nutzern erhalten. Mit der Anzahl von Followern und Likes lässt sich die Beliebtheit einer Person und ihrer Posts ziemlich genau messen, glauben wir, und mit der von anderen vergleichen. So kommt es zu einer Art Wettlauf, der die Leute dazu bringt, sich selbst und ihre Umgebung, ihre Wirklichkeit, immer stärker aufzuhübschen und immer aufregendere Behauptungen aufzustellen, denn das bringt oft mehr Aufmerksamkeit als der ungeschminkte Alltag und nüchterne Überlegungen. Darum wird schon seit einigen Jahren viel darüber diskutiert, ob soziale Medien der psychischen Gesundheit schaden. Man sorgt sich, ob auf den Plattformen nicht ein Schönheitsideal propagiert wird, das zu Krankheiten wie Magersucht beitragen kann. Sich mit anderen oder der aufgehübschten Version von sich selbst, die man auf den Plattformen zeigt, zu vergleichen, kann zu einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls oder gar zu Depressionen beitragen. Ganz zu schweigen davon, dass Menschen offenkundig stärker extremen Ansichten zuneigen, wenn sie durch die auf sie zugeschnittenen Inhalte auf den Plattformen den Eindruck bekommen, alle Welt würde im Sinne ihrer jeweiligen Vorurteile denken. Zudem scheint es so, als ob Likes ganz buchstäblich süchtig machen können. Nur wenig ist schöner als zu wissen, dass man von anderen gesehen wird und sie gut finden, was man tut. Im Gehirn löst das offenbar dieselben Belohnungsmechanismen aus, die auch dazu führen, dass man von Glücks- und Computerspielen oder von Alkohol und Zigaretten abhängig werden kann. Gerade auf einsame Menschen kann die so erfahrene Aufmerksamkeit eine starke, abhängig machende Wirkung ausüben, sodass die Technologie, die uns zusammenbringen soll, uns nur noch einsamer macht, weil wir nur noch mehr und länger vor dem Bildschirm hängen. Selbst die Plattformen haben erkannt, dass es hier ein Problem geben kann, weswegen Instagram vor einiger Zeit die Möglichkeit geschaffen hat, die Anzahl der Likes für sich und andere zu verstecken. So unangenehm es sein kann, allein zu sein mit seinen Gedanken. Vielleicht ist es besser gelegentlich, das Smartphone in der Tasche zu lassen und sich einfach seiner Langeweile hinzugeben, einem drastisch unterschätzten Gefühl. Nicht nur glauben viele Psychologen, dass Langeweile die Kreativität fördert und man die besten Ideen hat, wenn die Gedanken frei umherschweifen können. Sie ist auch ein Zustand, der wichtig ist, um herauszufinden, wer man ist. Denn in der Ziellosigkeit der Langeweile stellen wir uns Fragen, die wir uns ansonsten nicht zu stellen bereit sind. Warum wir überhaupt tun, was wir tun und wo wir im Leben eigentlich hinwollen. Gerade darum kann sich die Langeweile von einem banalen Unwohlsein zum schier bodenlosen Zweifeln am Sinn der eigenen Mühen auswachsen. Das macht sie unangenehm, zugleich aber auch wertvoll, wenn sie uns dazu bringt, zu versuchen, auf diese für uns so wichtigen Fragen Antworten zu finden. Wie geht das denn? Untertitelung des ZDF, 2020